Hallihallo, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist schon ein etwas länger als nächstes Video von euch, wurde ich häufig darauf aufmerksam gemacht. Anja, mach doch mal ein Video darüber, wie kam es bei dir zum Wechsel zur veganen Ernährung. Wie hast du dich umgestellt? Mach bitte mal ein ausführliches Video darüber. Man weiß auch, ich habe sehr, sehr, sehr lange sehr viel Fleisch gegessen, sehr viele Milchprodukte gegessen, das auch lange gepredigt, dieses ganze Bodybuilding-Classic-Zeug. Wie man aber sieht, meine aktuelle Form, ich bin immer noch fit, ich bin immer noch trainiert, aber ganz anders als halt damals. Obwohl ich mich ja jetzt vegan ernähre, ihr sollt wissen, ich bin nicht und werde hoffentlich auch nicht, werden irgendwie so ein Öko-Freak-Prediger, der jetzt hier, ja, keine Ahnung, so will ich nicht werden. Aber ich finde persönlich wirklich, die vegane Ernährung bringt mir persönlich nur Vorteile. Es ist ein sensationeller Ausgleich. Es ist in jeder Lebenssituation, egal ob Kindheit, egal ob Schwanger, egal ob Teenager, Erwachsen, Ältere oder schon länger junge Personen, es ist immer einfach wirklich ideal und bringt meiner Meinung nach immer nur gesundheitliche Vorteile mit sich. Und jetzt in diesem Video hier ein bisschen mehr zu dem ganzen Thema. Ich fange gleich mal damit an, wie kommt es eigentlich dazu? Ich habe ja vor, das ist jetzt, was ist das her, zweieinhalb Jahre, habe ich mal so einen veganer Testmonat zu machen versucht und habe mal von meiner damals wirklich sehr flashlastigen, sehr reich an Protein, ja, sehr hoch in Protein-Ernährungsform da, Low Carb oder Ketogen. Damals habe ich aus dem heraus einfach gesagt, okay, Vegan ist jetzt irgendwie ein Megatrend. Alle machen es, predigen das. Ich kannte damals die Beweggründe, die Hintergründe, die ich heute kenne, komme ich dann später darauf zu sprechen, noch nicht, wollte es aber einfach mal aus Neugier für mich ausprobieren. Weil es für mich halt damals, und bestimmt geht es einigen da draußen was noch so wirklich unvorstellbar war, ich sage es jetzt mal extra so, auf Protein zu verzichten, ja. Ich wusste ja, ich mache Fitness, ich will abnehmen, ich will Muskeln aufbauen. Das ganze Zeug sie ja eigentlich alle immer sagen, ja. Ich brauche Protein und ich brauche tierisches Protein. Das hat ja, sage ich jetzt nicht so, aber es wird man immer eine andere biologische Wertigkeit, bla bla bla. Deswegen war es für mich eigentlich unvorstellbar. Ich habe es aber einfach mal ausprobiert. Habe gesagt, probieren geht über studieren. Also, ich habe vor diesen ungefähr zeieinhalb Jahren einen veganen Monat gemacht und ich habe dabei viele Fehler gemacht. Deswegen ist das Ausprobieren für mich damals leider schon gefehlt. Und ich hatte nicht wirklich positives Feedback geben können, bin dann wieder umgestiegen zurück auf Fleisch und Milchprodukte. Ich kam aus dieser Illusion, wir brauchen so wahnsinnig viel Protein, ja. Ich als Frau war damals irgendwie bei 220 Gramm Protein, also viel zu viel. Und irgendwie keine Ahnung was, 50 Gramm Carbs oder sowas, ja. Und habe dann versucht, mit diesen Makros, die ich damals hatte, einfach auf Veganung zu stellen. Das ist natürlich ein bisschen gefällt, ja. Es war für mich extrem schwierig, all diese Protein zu mir zu nehmen und gleichzeitig mit den Carbs nicht hochzuschießen. Denn ich war damals der Annahme, dass es ja so richtig ist. Wir brauchen ja so viel Protein und möglichst keine Carbs, weil die Carbs machen ja Fett. Hieß es ja immer. Heutzutage esse ich eigentlich praktisch nur noch Carbs. Komme später darauf zurück. Aber damals, müsst ihr euch das mal vorstellen, von keinen Kohlenhydraten oder nur ganz, ganz, ganz wenig auf plötzlich mehr Kohlenhydrate. Das ist, der Körper muss sich ja auch immer zuerst wieder an alles gewöhnen. Und irgendwie innerhalb von einem Monat, mein Gott, kann sich ein Körper, also ich sehe das ja, es dauert immer ein bisschen, wenn man eine neue Ernährungsform hat. Es dauert immer ein Weilchen, bis man dann davon Resultate sieht. Und damals, ich war einfach zu ungeduldig, habe die falschen Makros versucht umzusetzen und hatte meine Schwierigkeiten damit. Genau, das ist immer die Hauptfrage, die ich auch heute noch kriege. Anja, vegan, ich möchte es auch mal probieren. Ich sehe, du hast wieder eine Meerkasse abgenommen, siehst super fit aus. Woher nimmst du aber dein Eiweiß? Und ja, das ist so die Fehlenfrage, die eigentlich überflüssige Frage, die sich alle stellen. Klar, ich sage nicht, wir brauchen kein Eiweiß, kein Protein. Natürlich brauchen wir das. Aber ich weiß heute, das kann man genauso gut auch aus pflanzlichen Quellenamen zu sich nehmen. Also, das ist nicht ein Muss, dass ihr da irgendwie einen gewissen Anteil an tierischem Eiweiß bei euch in der Ernährung haben müsst. Ja, die Meinungen sind natürlich extrem verschieden, ja. Wie das immer ist im Leben. Also, wenn wir jetzt Thema Training nehmen, man kann zehn Personal Trainer fragen, was ist die beste Po-Übung, Rückenübung, was auch immer für eine Übung ihr wollt. Alle der zehn Leute sagen irgendwas anderes. Und so ist es halt auch bei der Ernährung. Es gibt da einfach verschiedene Meinungen und für mich persönlich, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich finde im Leben, man soll immer auf alles bezogen das machen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Und wenn jetzt etwas natürlich ist, viele argumentieren ja immer, ja, aber unsere Steinzeitmenschen, die haben ja Fleisch gegessen. Das ist natürlich, also ist das gut. Ich finde aber auch, natürlich ist nicht immer gleich gut, ja. Grundsätzlich eben, sage ich schon, wir haben früher Fleisch gegessen, aber wenn wir das jetzt vergleichen mit dieser ganzer Bodybuilding-Welt, ich meine, ich sehe es ja, was ich selber gemacht habe. Ich habe täglich irgendwie 500 Gramm Fleisch gegessen. Solche krassen Mengen und das jeden Tag. Und das ist alles andere als natürlich. Denn früher, unsere Vorfahren, die hatten nicht täglich diese Mengen an Fleisch, ja. Die hatten, wenn sie, keine Ahnung, alle zehn Tage, zwei Wochen oder so mal ein Mammut erlegt haben oder noch seltener, war da nicht dabei, ich weiß es nicht. Dann hatten die mal Fleisch, ja. Also nicht täglich krasse Mengen. Die hatten es halt dann, wenn es das gab. Ja. Deswegen, dass es jedem selber überlassen ist, es natürlich Fleisch zu essen, ist es nicht. Ich persönlich bin aber der Meinung, es ist nicht natürlich, Milchprodukte in irgendeiner Art und Weise zu konsumieren. Ich bin der Meinung, es ist für den Mensch nicht natürlich. Klar hat man früher, vielleicht irgendwie im, keine Ahnung, was für einen krassen Sibirien irgendwo im obersten Norden, weiß doch auch nicht wo, da war tiefst Winter, ja. Man konnte nicht losgehen, sich irgendwie Nahrungsmittel beschaffen, es war alles eingeschneit, eingefroren. Da hatten die Bauern halt ihre Nutztiere, ja. Die hatten da die Kühe, die hatten die Hühner, die Eier gelegt haben. Die Kuh, die Schwange war, hat Milch gegeben. Dann musste man halt, ja, aus, sag ich jetzt mal, Nutsituationen Milch von dem Tier konsumieren, und die Eier von den Hühnern essen, ja. Aber ich bin der Meinung, im 2017 müssen wir das nicht. Man kann natürlich, es ist halt in unserer Gesellschaft krass etabliert, ja. Wir sind alle damit aufgewachsen. Man kann niemanden verurteilen oder es niemandem übel nehmen, wenn er halt täglich Fleisch und Milchprodukte konsumiert, weil es halt irgendwie hier einfach normal ist, ja. Und der Mensch geht halt bekanntlich mit dem Flow mit, ja, mit dem Strom der Gesellschaft schwingt der mit. Und wenn jetzt hier, ich meine, ich sehe das schon nur bei mir, wenn ich komme nie, ich ernähre mich vegan, kommen erst mal solche Blicke. Was, vegan? Das ist ja sowas Extremes, ja. Ich mag da gar nicht so krass lange jetzt drauf eingehen, aber auf jeden Fall theoretisch einfach, dass ihr das wisst, meine Meinung, im 2017, wir brauchen keine Milchprodukte, weil Milchprodukte schlussendlich, das kommt von der Kuh, die schwanger ist. Eine Kuh gibt nur so lange Milch, wie sie schwanger ist. Und die Kuh ist genau wie die Frau auch neun Monate lang schwanger, ja. Also das heißt, die Kuh ist neun Monate lang schwanger und hat dann ihr Jungtier und gibt so lange Milch, wie das Jungtier das benötigt. Genau gleich wie beim Menschen. Wir Frauen, wenn wir schwanger sind, wir geben nicht unser Leben lang einfach so Milch. Wir geben ja nur so lange Muttermilch, wie der Säugling das benötigt. Und danach stellt sich das, wie die Natur es will, wieder ein. Jetzt, ja, die Kühe werden da in irgend welchen, weiß ich was für abgöttisch perversen Anstalten gehalten, werden permanent künstlich geschwängert, wenn man will, sozusagen vergewaltigt, will hier niemanden anschwärzen oder so. Das ist aber einfach Fakt, dass die permanent schwanger sind, dass sie permanent Milch geben. Die Jungen, die sie dann kriegen, die Weibchen, perfekt, macht man auch dann gleich eine Milchkuh draus und die Männer, das Kalb geht dann halt wirklich direkt zum Metzger und das ist Kalbfleisch. Kalbfleisch, meine Lieben, ist nicht irgendwie eine, keine Ahnung, eine Tierart. Kalb ist nichts anderes als eine Babykuh, ja. Also sie ist da eigentlich ein neugeborenes Kind. Ja, das ist ein bisschen extrem, aber einfach, dass ihr das mal sieht, da die Hintergründe kennt. Ja, ich könnte euch jetzt da viele solche Sachen erzählen, auch noch zum Fischfang, Zuchtfisch, Wildfang mit den Schleppnetzen, blablabla. Ich will aber das Video nicht zu lang machen, wenn es euch interessiert. Es gibt wahnsinnig tolle Dokumentarfilme über das ganze Thema, ja. Auf Netflix gibt es Cowspiracy, schaut euch den Film mal an. Food Matters ist sehr gut. Es gibt einen Film, den habe ich auf YouTube gefunden, der nennt sich Meet the Truth und Meet, M-E-A-T, also wie Fleisch, Meet the Truth. Das ist ein bisschen älterer Film von 2010, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aber ich fand den wirklich sehr, sehr, sehr informativ und sehr gut. Ja, jetzt habe ich mit den ganzen Erklärungen schon ein bisschen darauf angespielt, ja, was sind eigentlich meine Beweggründe, wie kam ich zur veganen Ernährung. Ihr wisst, ich habe das damals mal ausprobiert, mit einfach, ohne das ganze Wissen, das ich heute habe, mit den für vegane Ernährung völlig falschen Makros und bin natürlich ein bisschen gescheitert. Heutzutage aber haben mich all diese Gründe, ja, diese ethischen Gründe, auch was passiert, ja, ich sage mal, diese ganzen Kühe, die Methangase, die ausstoßen und so, das hat so einen krassen Einfluss auf unsere Klimaerwärmung. Das könnte durch den Regenwald neutralisiert werden, aber wir horzen ja den Regenwald ab, pflanzen da Getreide, pflanzen da Soja, um unsere Nutztiere dann wieder zu mästen, dass die sich dann Fleisch reinziehen können. Aber mit dem ganzen Getreide könnte man eigentlich, ja, ein sehr, sehr, sehr großer Teil will ich sogar ganz Afrika ernähren, ja, die ganze Hungersnot da wäre eigentlich gelöst. Aber wir horzen den Regenwald ab und nutzen die Fläche, um Getreide, Soja und so anzupflanzen, um es den Tieren zu verfüttern, dass wir danach aus ihnen, ja, Fleisch machen können. So kann sich das ganze CO2 nicht mehr neutralisieren. Also, ja, ich will hier, wie gesagt, nicht zu krass auf das Thema eingehen, aber all diese Fakten, und das sind nicht einfach irgendwelche Aussagen, das sind belegte Fakten, die haben wir halt wirklich dann die Alarmglocken nochmal ausgelöst und haben wir halt wirklich gesagt, okay, Anja, jetzt probier es einfach mal, lass mal Fleisch weg, dann lass mal, ja, lass mal step by step die tierischen Produkte weg, weil wenn die gesamte Menschheit sich vegan ernähren würde, hätten wir einfach so viele Probleme gelöst. Das ist einfach in meinen Augen ein Fakt. Deswegen habe ich gesagt, egal, was links und rechts macht, ich probiere es für mich aus und gucke mal, wie komme ich damit zurecht, wie verändert sich mein Wohlbefinden, wie verändert sich meine Figur, weil das halt für mich auch sehr wichtiger Punkt ist, wie verändert sich mein Hautbild. Ich teste es für mich. Auf jeden Fall habe ich im Oktober 2015 dann einfach komplett mit dem roten Fleisch aufgehört. Also seit dann habe ich kein rotes Fleisch mehr gegessen. Im Juni 16 hatte ich dann mal wieder Bock auf einen Burger. Ich ging mit einer Freundin von mir in der Burgerbar, habe mir einen Burger bestellt und no joke, ich habe Burger immer geliebt. Nach zwei Bissen hat es mich voll angewidert. Ich habe immer etwas Fleisch dazu, sagen wir auf Schweizerdeutsch, ja. Ich habe so, dieser Fleischgeschmack stand mir irgendwie schon bis hier und ich hatte den Burger nicht essen können. Dann genauso in dieser Zeit rum, dann im Juni, habe ich dann dann begonnen, okay, lass ich mal das Putenfleisch weg. In der ganzen Zeit habe ich Milchprodukte immer Step-by-Step weggelassen. Wenn ich natürlich dann ab und zu mal Cheat-Day so was gemacht habe, habe ich auch mal wieder eine Pizza gegessen mit Käse drauf und so. Also das Ganze war wirklich ein Prozess über, ja, fast ein Jahr lang, bis ich dann wirklich sagen konnte, jetzt bin ich eigentlich komplett vegan. Ja, eben das Thema Fisch, die Fakten da, was mich da wirklich schockiert hat, das seht ihr zum Beispiel alles in meinem All-Vegan-Food-Plan-Download auf meiner Webseite für LinkedIn wieder hier unten. Da habe ich so zusammengefasst, alle meine Infos mit wirklich ein bisschen tiefgründigeren Informationen, warum ich mich entschieden habe, auf die vegane Ernährung umzusteigen. Und warum ihr seht da auch meine persönlichen Makros, ja, meine persönliche Kalorienzufuhr und einfach ein Ernährungsplan, Beispiel, wie ich mich zum Beispiel an einem Tag ernähre. Also einfach so ein Beispiel, Frühstücksoptionen, Mittagessenoptionen, Abendessenoptionen, ja, dass ich jetzt hier nicht das Video zwei Stunden lang machen muss. Da seht ihr weitere Infos. Also das Ganze war für mich ein enormer Prozess. Ich bin froh, habe ich es heute gemacht, weil, ja, ihr seht es jetzt hier in Klamotten, ja, aber ich habe wieder extrem viel abgenommen, im Vergleich dazu auch schon, ja, ich war eine Zeit lang wirklich schwerer, natürlich auch mehr Muskeln, aber die Zeit lang auch ein bisschen speckiger unterwegs. Ähm, also ich sage mal, figurmässig nur Vorteile. Ich bin wirklich richtig toll im Körperfett abnehmen. Ähm, dann mein Hautbild ist extrem schön, also für mich nur Vorteile jetzt mal in dem, ja, ästhetischen, optischen Bereich, ja. Plus ist natürlich mein Gefühl mega gut, ja. Äh, die ethischen Gründe, die ich euch jetzt hier erwähnt habe, äh, ja, da gibt es nicht nur Abfalltrennung und so Sachen. Das hat, die Ernährung hat da so einen grossen Einfluss, das war ich mir halt nie bewusst. Und, äh, ja, seit ich das weiß und dem so ein bisschen entgegenwirken kann, ich alleine kann natürlich nichts bewirken, ist klar, aber wenn es, ja, je mehr Menschen es machen würden, desto besser wären all diese Probleme gelöst. Und natürlich auch das Tierwohl, ja, das ist ja halt wirklich mega, mega krass, was mit den Tieren gemacht wird. Ich habe es vorhin erwähnt, äh, die Kühe, wie die gehalten werden, wie die eigentlich vergewaltigt werden, nur, dass die schwanger sind, Milch geben und so, ist halt extrem pervers. Äh, ich bin jetzt aber die Art Veganerin, die nicht in erster Linie, äh, äh, das wegen dem Tierwohl gemacht hat, ja. Ich habe natürlich auch lange noch, äh, Lederschuhe getragen, ich habe auch jetzt immer noch meine Timberlands, die ich hab und so mal trage, ja. Äh, ich habe lange, das ist aber, da bin ich extrem fertig mit, muss ich jetzt grad sagen, bevor sie ein Dislike gibt. Ich habe lange Pelz getragen, hab jetzt auch damit aufgehört, ja. Aber, ähm, das sind ja wirklich grad wirklich extrem krasse Fälle. Für mich, ähm, ich glaube, ich könnte wirklich so ein bisschen sagen, das muss man ein bisschen so ausdrücken, die vegane Ernährung hat mich, äh, eigentlich sozusagen gerettet aus dem ganzen Diät hin und her raus, ja. Also, ähm, ich hab, heutzutage, ich hab keine On-Season, Off-Season, irgendwie Diätphasen, keine Ahnung was, ich bin von dem eigentlich komplett weg. Ich hab mich von dieser ganzen Fitnesswelt, Bodybuilding-Welt vollkommen verabschiedet. Und, äh, das ist auch wichtig, dass ihr das wisst. Ja, viele Frauen sehen, ich hab wieder mega abgenommen und, ähm, sagen jetzt, sie wollen jetzt deswegen einfach mit vegan abnehmen. Das ist natürlich gut und recht, aber für mich persönlich ist wichtig, die Message, die ich geben will, ist, dass das Abnehmen und, ähm, ja, der optische positive, ja, die optische positive Veränderung, das soll eigentlich einfach ein schöner Nebeneffekt sein, denn vegan, finde ich, sollte nicht, äh, verglichen werden mit irgendwie einer Diätform, ja. Also, meine Makros, ich esse hauptsächlich nur Carbs, ja. Ich, äh, gehe mit der Protein-Tour eigentlich immer mehr zurück, weil ich bin auch einfach der Meinung, vor allem mit Mädchen wie ich, ich brauche nicht irgendwie, keine Ahnung was, 160, 170, 180, 200 oder noch mehr Gramm Protein, ja. Ich brauche das nicht, ich brauche nicht so viel Eiweiß, also ich fahre mit dem Eiweiß einiges tiefer. Alles zudem findet ihr in dem Plan. Vegan ist ein Lifestyle und, ähm, sollte andere Gründe haben, als jetzt nur, ähm, das optische, weil dann könnt ihr es auch wirklich so durchziehen, weil ich sehe das ja auch von meinen Diäten früher, ja, irgendwie Low Carb oder Low Fat oder was auch immer ihr gerade von Diät fahrt, äh, mir ging es halt da so, dass ich dann wirklich diese Cravings hatte, dieses Verlangen nach irgendeinem Cheat, ja. Das habe ich beim Vegan überhaupt nicht. Leute, ich liebe Schokolade, ja, ich liebe irgendwie Kuchen-Zeugs, aber Vegan ist für mich halt etwas so ausgeglichen, ist uns, die, also überrascht jetzt vielleicht viele, extrem abwechslungsreich. Das ist nicht einfach so eintönig. Ich meine, sorry, ist das abwechslungsreicher Fleisch oder Pute, ist das abwechslungsreicher anstelle von irgendwie Linsen oder Kidneyboden oder Quinoa oder Amaranth oder was auch immer. Ihr könnt beide, ähm, Ernährungsformen, äh, extrem vielseitig machen, ja. Das, das kann man nicht sagen, das ist eintönig. Vegan ist nicht was, das mache ich. So, jetzt fange ich an komplett vegan. Das dauert seine Zeit, bis, äh, euch das so wirklich bewusst ist und eingependelt ist. Und weil Vegan halt eben jetzt für mich persönlich ethische Hintergründe hat, ist es auch wirklich ein Bewusstsein. Also ich schaue mir nicht die Schokolade an und denke, hm, ich möchte die so gerne essen, weil ich mag es doch so gerne. Ich mag das schon geschmacklich, ja. Aber die Hintergründe, ja, wie ist das hergestellt und was ist da drin und was haben diese Tiere durchlitten und was bedeutet das für unsere Umwelt? Der Gedanke turnt einfach ab. Und deswegen, wenn ihr da mal so umgeschaltet habt im Kopf oben, dann werdet ihr es auch nicht mehr haben und dann diese Fressanfälle und diese Cheat-Anfälle, ja. Aber für mich persönlich hat vegan ein bisschen das mit Intelligenz zu tun, ja. Die Leute, die einfach gleich sagen, das ist ja völlig unerkehlig, blablabla, die haben sich halt einfach, kann man ihnen aber auch nicht verübeln, weil es uns halt nicht so vorgelegt wird, aber die haben sich halt zu wenig mit dem Thema bewasst, ja. Und wenn jemand mal das Ganze gecheckt hat, die Hintergründe gecheckt hat, sich damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet vegan für unsere Umwelt, für unsere Tiere, für unsere Mitmenschen, was bedeutet das überhaupt? Zeugt für mich einfach, okay, ich unterhalte mich immer einer intelligenten Person, die das Ganze gecheckt hat. Dann abschließend an das Ganze möchte ich jetzt noch ein Thema ansprechen. Es hat hier viele, ich will jetzt keine Namen nennen und jemanden persönlich angreifen, aber es hat so den einen oder anderen Fitness-Youtuber gegeben, der hat da in letzter Zeit behauptet, vegan sei extrem gesundheitsschädlich und man kriege davon jenste Mängel an irgendwie B12, an Vitamin D, an Eisen, jenste Mängel, die kann man nicht decken mit veganer Ernährung. Und Leute, ich habe hier in der Hand mein Beweis. Ich war irgendwie bis sich erst seit über einem Jahr, seit dieses Jahr werden es zwei Jahre sogar, also jetzt ist es ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, esse ich kein rotes Fleisch mehr. Und eben seit einem halben Jahr eigentlich mehr oder weniger komplett vegan. und ich habe mir jetzt meine Blutwerte testen lassen. Also, ich lese euch jetzt die Mail vor. Ich sollte dann später noch die detaillierte Tabelle kriegen mit allen anderen Werten auch noch drauf, aber diese drei sind einfach entscheidend. Jetzt steht hier, guten Morgen Frau Zeider, der Eisenspeicher Ferritin ist sehr gut gefüllt mit 139. Das Vitamin D sollte über 50 sein und ist aktuell sehr gut mit 163. Der Vitamin B12 Spiegel ist extrem hoch mit 1040. Die obere Grenze in unserem Labor ist 569. Ja und so weiter und so fort und ein paar andere Sachen. Bei meiner Frauenärztin haben wir da noch ein paar andere Sachen besprochen. Diese Blutwerte sind für mich persönlich der Beweis, man kann all diese Werte, vor allem gerade diese drei Werte, die uns immer angeheilt werden. Eisen, Vitamin D und Vitamin B12. Die kann ich mehr als gut decken mit einer veganen Ernährung, wenn ich weiß, aus welchen Nahrungsmitteln ich dann was gewinnen muss. Vegan heißt nicht automatisch gleich gesund, aber wer Fleisch isst und Milchprodukte konsumiert, hat nicht automatisch auch diese Werte einfach gedeckt. Jemand, der sich nur von Döner, Cola und irgendwie Kegelpommes und so Zeugs ernährt, ist nicht ein gesunder Mensch. Und Leute, die sich vegan ernähren, machen das ja hauptsächlich auch, weil sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil sie ernährungsbewusst sind. Und ich denke, diese Leute greifen dann sowieso eher, oder greifen generell ja schon nur zu unverarbeiteten Lebensmitteln und haben sich da einfach schon informiert, wie sie was decken können. Also deswegen dieser Punkt, Veganer können gewisse Nährstoffe nicht decken, ist für mich kompletter Schwachsinn. Allejenigen, die da irgendwie im Internet etwas anderes behaupten, ja es stimmt einfach schlicht und hinweg nicht, meiner Meinung nach. Weitere Infos zum Thema B12 findet ihr in einem anderen Video für mich. Da habe ich ja detailliert noch über das Thema B12 gesprochen. Und ich denke, das Video ist jetzt schon relativ lang geworden. Ich beende das Video hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ich könnte euch einfach ein bisschen aufzeigen und erzählen, was mich zur veganen Ernährung bewegt hat. Ja, was meine Beweggründe sind, wisst ihr jetzt nach diesem Video. Checkt mal die Infobox, packe ich noch ein bisschen mehr Infos rein. Verlinkt da meine Instagram, Facebook, sonstige Profile, wo ihr mir ein bisschen folgen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Meinungen, alles Mögliche bitte unten in die Kommentare. Video liken, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tag mir, treats den ersten Laurent. Tag. 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 Tag.